Ist der Abschluss an einer privaten Fernhochschule gleich viel wert wie ein Abschluss an einer staatlichen Präsenzhochschule? Bei der Wertigkeit gibt es absolut keinen Unterschied. Unsere Hochschule ist vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg staatlich anerkannt. Das beinhaltet auch, dass alle Studiengänge akkreditiert sind und unsere Abschlüsse international anerkannt sind. Somit können wir Ihnen garantieren, dass Sie einen qualitativ hochwertigen und anerkannten Abschluss erhalten.